Wiederherstellen Ihres Computers, wenn Windows mit der Systemwiederherstellung nicht normal gestartet werden kann. Fahren Sie den Computer herunter. Wenn der Computer nicht herunterfährt, drücken und halten Sie den Einschaltknopf, bis der Computer herunterfährt. Schalten Sie den Computer nach ein paar Sekunden wieder an und drücken Sie wiederholt die F11-Taste, um das Menü Erweiterte Startoptionen zu öffnen. Wählen Sie bei Aufforderung Ihre Sprache und das Tastaturlayout aus. Wählen Sie Fehlerbehebung, Erweiterte Optionen und dann Systemwiederherstellung. Wählen Sie bei Aufforderung ein Konto aus und geben Sie das Konto-Kennwort ein. Wählen Sie Weiter, um die Systemwiederherstellung zu öffnen. Wählen Sie Weiter und wählen Sie dann einen Wiederherstellungspunkt von einem Zeitpunkt, an dem Windows normal gestartet ist. Zur Anzeige aller verfügbaren Wiederherstellungspunkte markieren Sie das Kontrollkästchen neben Weitere Wiederherstellungspunkte anzeigen und wählen einen aus der Liste aus. Alle Programme, die nach dem letzten Wiederherstellungspunkt hinzugefügt wurden, werden gelöscht und alle entfernten Programme werden wiederhergestellt. Zur Anzeige der betroffenen Programme und Treiber wählen Sie Nach betroffenen Programmen suchen. Notieren Sie sich alle Programme, die Sie nach Abschluss der Wiederherstellung erneut installieren oder deinstallieren möchten, und wählen Sie dann Schließen. Wählen Sie Weiter, bestätigen Sie den Wiederherstellungspunkt und wählen Sie dann Fertigstellen. Da die Systemwiederherstellung nicht unterbrochen werden kann, sollten Sie nicht fortfahren, wenn Sie nicht genügend Zeit zur Wiederherstellung haben. Wenn Sie ein HP Notebook wiederherstellen, stecken Sie das Netzkabel direkt in den Computer. Wählen Sie bei Aufforderung zur Einleitung des Wiederherstellungsprozesses Ja aus. Folgen Sie allen Aufforderungen, um die Wiederherstellung abzuschließen und zu Windows zurückzukehren.